Noch ein Video aus der Vogelperspektive. Irre Strategie von Fröschen. Ja, Frösche, die sich paaren wollen, die haben eine irre Strategie. Und da blickt man so als Mensch gar nicht so durch, was Frösche so alles im Wasser machen. Was sie bunt dort treiben, ja. Also Frösche haben ja Froschleich, aber die Paarung, die ist echt irre. Und wenn man mal so am Teich war, also so am Gewässer, und dann sieht, wie Frösche das miteinander machen. Also das ist echt, muss ich wirklich sagen, ist schon irre. Bei uns Menschen läuft das ein bisschen anders ab. Da muss man erstmal die Nummer rausfinden oder kriegen oder wie auch immer. Und dann gibt er oder sie die Nummer dann nicht, weil sie irgendwie sich schämen soll, keine Ahnung was. Aber bei Fröschen geht das relativ schnell, aber ist trotzdem irre. Also die Taktik, die Frösche an den Tag legen beim Sex, ist Wahnsinn. Fantastisch.